Gut, geht los, Klaus. Du musst auch drücken, ne? Na, ganz toll. Ich habe Preddie vergessen. Ich habe nur hinterhergerufen. Da kam aber nichts. Da war der Matze schon weg. Da war der Matze schon weg. Ich habe mir schon die Skefs angewackelt. Ich gehe in die Feuerwehr. Deine Seite, ne? Mh. Einer muss noch da sein. Noch einer, oder was? Ja. Aber ich glaube, der ist auf deine Seite rübergerannt. Da habe ich jedenfalls auch noch Steps gehört. Da schießt irgendwas. Ja. Das muss ein Spieler sein. Achso, schießt du? Nein. Hast du den Skeffer schossen? Nein. Ich gucke mal runter zum See und verstecke mich da. Vielleicht sehe ich ihn ja. Ah, der See ist doch doof. Der ist da hinten an den Felsen. Ja. Ich gucke da mal hin. Wir sehen, wie er gepiekt hat. Oben auf dem Felsen drauf stand. Er rennt. Zwei Skeff schreien da rum. Hast du geschossen? Nein. Nein. Der ist bei dem Fell. Wir sind vorbei. Nein. Das war auf dem ist. Herr, ich gucke euch. Lasst dich aus am Rogabin. Ich gucke euch das. Ich gucke euch. Das war eine. Es ist ja nicht zugebracht, wenn du das bist. einer ist weg hast du geschossen oder was ja ok da ist noch ein sniper gut dass ich meinen helm auf habe ich komme erst mal rein ich komme rein hinten ja wo bist du klaus im container ok da wo die waffenkiste ist ist mein kopf ist weg wo bist du denn jetzt in gerannt ich bin drin ich sitze hinten in der ecke wo die kiste ist ok scheiße mein kopf ist schwarz das kann glaube ich nichts gutes bedeuten cms kann ich will kein cms mit das geht nicht vom kopf naja stimmt ich brauch was zu essen hast du was zu essen gesehen Achtung da kommt was vorne rein ein ein wo ist das ist du geschossen nein das ist da gerade da wo eben die schüsse auch herkam ja geben aus meinem container heraus ja ich sehe dich was er findet ja ich weiß wo das der hund das bisschen weiter rechts sonst kämpft es nur hier du dich gedreht nein das gef glaube ich was aber der hustet schießt du na ja gehen wir auf den sack ich habe hier was zu essen ok schmeiß hin trinken trinken habe ich noch aber im jahr ist glaube ich nicht so gut haben wir nichts anderes kam da von rechts was hier sind zwei hier draußen steht einer rum ja und links von uns da hört sich ein spieler an spieler das minus ja das ist ja gut ich glaube rechts war noch einer noch einer ich würde sagen da war noch einer ja ja doch Das war's für heute. Ja, hier rechts, an der Seeseite. Ja, warte, ich komme. Nein, Mist. Keine? Ja, aber rein, ich habe es zu flach geworfen. Ja? Zu flach geworfen. Ich gehe mal hinten raus. Oh, er ist drin, oder? Links ist noch was? Du bist an einem Container, ne? Bitte, du bist im Container? Nein, du. Ich bin am Container, ja, hier hinten. Der ist draußen. Da vorne war noch einer, da sind es jetzt wahrscheinlich immer noch zwei. Wo bist du, vorne am Zelt? Ja, zwischen der Wand und dem Zelt, ja. Okay. und sonst keff an der seeseite und sonst keff an der seeseite Klaus, wollen wir den hier pushen, der hier rechts hinten ist? Ich weiß nicht, wo er ist. Achtung! Hat er dich erledigt? Mir hat jemand erschossen. Was, hast du nicht gesehen, wie ich gelaufen bin? Ja, doch, ich bin auch tot. Schade. Hä? Da kam dann hin, hat sich hinten reingeschlichen schon. Ach Mist.